Wir rennen den ganzen Tag. Wir wollen anerkannt, respektiert und geliebt werden. Gibt es mehr im Leben? Was ist der Sinn? Wofür bin ich bestimmt? Vielleicht sollte ich anders fragen. Was möchte Gott in deinem Leben? Was für einen Plan hat er? Bring Farbe in dein Leben. Entdecke Neuland. Neuland ist ein Jüngerschaftsjahr der Heisenarmee in der Schweiz. Junge Menschen entdecken, wer sie wirklich sind, wer Gott ist und was das alles mit ihrem Leben zu tun hat. Ich mache das Neulandjahr, weil ich den Auftrag von Gott in die Heisen mitgekommen habe, auf der Strasse zu sein und den Weg von dir folgen. Ich mache das Jésus-Josué, weil es in meiner Hoffnung großartig ist, dass es mich von Gott entspricht und dass ich neue Dinge über ihn lernen kann. Ich mache das Jésus-Josué, weil ich in einem Camp teilzunehmen, in diesem Jahr teilzunehmen. Und Gott hat sich in meiner Leben manifestiert. Und in dieser Zeit habe ich entschieden, dass ich im Jésus-Josué teilzunehmen, weil ich mich in das Ministerium lancer wollte. In diesem Jahr wirst du gefördert und gefordert. Du machst spannende Erfahrungen und du wirst Gott in deinem Leben ganz praktisch erleben. Die Hälfte der Woche hast du Unterricht über Bibel, Theologie, Leidenschaft und viele interessante Themen. Und die andere Hälfte der Woche bist du direkt im Einsatz in einer Gemeinde und kannst dein Potenzial ganz praktisch entfalten. Du wirst von einem Mentor begleitet, der dich im geistlichen Wachstum stärkt und dich immer wieder herausfordert und ermutigt. Gehe den Nächsten Schritt in deinem Leben und lass dich verändern. Gott hat einen Plan mit dir. Willkommen bei mir im coach! ? LACHT